Das Instrument Das Instrument Das Instrument geht eine Serie über die Instrumentenvielstellungen das Instrument mit den schönen weißen schwarzen Tasten kennt ihr bestimmt alle gut und das natürlich dann Piano Genau und in den nächsten Minuten gehen wir dann ein bisschen mehr über das Instrument gewohnt und für mein nächstes Video nämlich habe ich mir etwas extra ausgelassen und zwar habe ich hier mein Kollege Xavier gefragt ihr soll euch nicht mehr wissen wie so ein Instrument klingt sondern auch wie so ein Piano verbannen ausgesagt Komm mal gucken euch zusammen demser wie sie vloggede Video über die Piano Molun Moin ist in der Beethoven und es weiß nicht wie es auf der Piano Moin ist in der G-Korea und es weiß nicht auf der Piano das ist in der zweite und es weiß nicht wie es wird das ist die Piano Der Piano gehört der Familie von den Seiteninstrumenten. Seiteninstrumenta, Tasteninstrumenta, Seiteninstrumenta, Seiten, Tasten, Seiten, Tasten! Der Piano gehört Tasten, wie ein Cembalon, aber auch Seiten, wie ein Gai. Uff, das ist so streng, wenn ich so den Piano zu spielen. Jetzt sind, zog zu auf den Piano. Oh, pardon. Zog zu auf den Piano. Wir haben die Flieche am Combat. Komm! Den Upright Piano. An den Upright Piano. Piano vertikal. Funktioniert genitalisch wie der Flieche, und mehr Seiten sind vertikal, nicht horizontal. Ich weiß es nicht. Jetzt muss der Piano auch nicht zeigen. Auf den Seiten sind die Piano ganz lang, ganz dick. Alle Piano ganz kurz, ganz eng. Und das sind das denn. Das sind das. Das ist groß. Wenn wir gesehen hätten, was in der Tattoo, war es verstanden, dass man ein Piano dran. Alles so funktioniert. Wenn ich mich rein, Und das geht dann los und das aktiviert den Hummer, die schlägt auf Seiten. Der Jean-Francois, der einzige Stück von Mozart und Schämele gespielt hat. Das Instrument ist der Viergänger von Pierre. Und wie es dir gemacht wird, das klingt immer sehr stark. Wer möchte, dass ich mehr hart und mehr lüge spielen kann, als eine eigene Idee vom Piano? Am Anfang wird ein Piano fortgelegt, weil in Europa Piano leise und fortgelegt wird, kann man spielen. Und für die Aufmerksamkeit ist es einfach nach Piano. Ich liebe Piano, weil es so relaxierend ist und es ist die perfekte Acompanie mit allen anderen Instrumenten. Ich liebe Piano, weil es so richtig gut ist. Ich liebe Piano, weil es so sehr viele Fertig ist. Ich liebe Piano, weil es so schön schön ist und ich versuche, immer noch zu lernen. Ich liebe Piano, weil es so viele Jahre lang und auch sehr schnell können. Ich liebe Piano, weil es so sehr schön ist und ich liebe Piano, weil es so sehr komplex ist. Weil es bei mir ganz viele Farbe-Emotionen auslöst. Auch weil Symmetrie für mich eine riesige Herausforderung ist. Ja, Musik versteht die Reden. Ich liebe Piano. 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 Ich liebe Piano, weil es so sehrค 친«. Es ist unsere Alexandre Laranzen. Was ist denn? Der Piano ist ein ganz schönes Klassiker, mit dem Ausgleichen. Der Piano ist ein ganzes Klassiker. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.